Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von W.O.T.R. Heute sind wir zusammen mit Leon53 auf seinem UI unterwegs, das Ganze auf der Karte Gletscher. Und vom Team her sind es eigentlich relativ ausgeglichen, würde ich fast schauen. Mal schauen, was er machen wird. So wie es aussieht, fährt er auf die typische Heavy-Flanke. Danke. ... ... ... Es war so. BIRST BLOOD! Das hier die LEV-Arte jetzt nicht rein hält, ist natürlich auch ein Wunder. Weil das ist ja wirklich ein schönes Ziel. Ui, der Querfahrt. So, okay, Bill ist auch mit dabei. Das hat ja auf alle Fälle geschmeckt. Der T-3480. Der T-3480. Der T-3480. Der T-3480. Der T-3480. Mit den Ui zu snipern ist natürlich auch nicht einfach. So, jetzt versuchen sie schon mit 3. Stahlwand mit 480 abgeholt, nicht schlecht. Das hat geschmeckt. Ja, besser durcheimen. Jetzt kommt natürlich der Churchill hier. Aber das ist ein ganz großer Held würde ich sagen an seinem Churchill. Kette wieder Funktionstüchtig, los geht's! Na, wer will, wer will, wer hat noch nicht? Das muss wehtun! Warte! Was ist das? So, da war's das für ein VUK. So, 11 zu 11, 2000 Schaden hat er schon zusammenfarmt dürfen, 2200 sind schon gebounced, wurde er auch wieder nur fast mit APCR zugeholzt, also mit der sogenannten Gold Munition. Hellcat hat ihn nicht mal verschoben, auch nicht schlecht. So, da hat er ein Großkaliber, glaube ich, schon zusammengefarmt. Oh, hier kommt der KV-2. Oh, das hat geschmeckt. Das hat geschmeckt. So, leider schon 12 zu 13. Das war auch ein richtiger Held. So, KV-2 zum Glück wieder gebounced. Wieder gebounced. Wieder gebounced. So, jetzt hat er, jetzt muss er sich nur irgendwie RT-Safe noch schnell stellen. Aber scheinbar kann sie hier nicht reinhalten. 3.600 Schaden, 5 Kills, also läuft recht gut für Leon. Also, der KV-2 zum Glück wieder drauf, ist es zum Glück. So, hier muss ich hier, wenn ich die Welt aufreste oder schon mal noch mache, sonst wo ich erwähne. So, das ist ganz schön. So, jetzt kommt es los, jetzt mal ganz schön. Also, es ist die Flieger hier. So, ich habe jetzt hier, hier denn das St. Zinkler. Also, da bin ich hier zuأ��. Das sind die Flieger hier. Und wo ich hier bin? Ich... Once, die Flieger ist. Ich bin so relativ, die Flieger. Ich bin so relativ, die Flieger. Ich bin so relativ viel, der Flieger. So, 5 Minuten 30 hat er noch, also kann man auch die Art hier in Ruhe suchen gehen. Außer, so verlegt sich jetzt wirklich in den Süden. Oh, da ist er ja schon gefunden worden. So, dann kommen wir nochmal zu den Gefechtsergebnissen für unseren Leon 53 auf seinem UI auf Gletscher. War eine Panzerassrunde, Kämpfer, Bombensicher, Duellant, Wirkungsfeuer, Schläger, Stahlwand, Nervenmausstahl und die Großkalibermedaille 3.602 Schaden gemacht. 127 ermöglicht, 5 Kills, leider die Art hier nach dem 6. Kill sich weggeschnappt. Trotzdem muss man sagen, hätte es ihm in seinem Team nicht gegeben, hätten sie das definitiv nicht gewonnen. Die LEV-RT hat gut ausgeteilt, wie immer. 45.000 plus, auch ohne Premiumkonto und das Ganze in 10 Minuten und 6 Sekunden. 4.555 Schaden abgewehrt, also schöner runterlernen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren und liken, nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. 5.000 8.000 8.000 9.000 9.000 10.000